Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Milliarden Deal – EU und Libanon schließen Flüchtlingsabkommen Europäische Union unterzeichnet Migrationsabkommen mit dem Libanon Die Europäische Union hat ein historisches Abkommen zur Flüchtlingsfrage mit der libanesischen Regierung geschlossen. Dieses fortschrittliche Abkommen ist darauf ausgelegt, die steigende Migrationsbewegung in Richtung Europa zu regulieren und gleichzeitig den Schutz und die Unterstützung zu verstärken, die den Flüchtlingen im Libanon gewährt wird. Der Libanon hat in den letzten Jahren eine erhebliche Anzahl syrischer Flüchtlinge aufgenommen und hat mit den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen, die die Unterbringung mehrerer hunderttausend Migranten mit sich bringt. Das jüngste Abkommen zielt darauf ab, die libanesische Regierung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Es bietet finanzielle Unterstützung für die Versorgung und Integration der Flüchtlinge sowie für die Verbesserung der Infrastruktur des Landes. Auf der anderen Seite verpflichtet sich der Libanon dazu, mit der EU in den Bereichen Grenzschutz, Migration und Asyl zusammenzuarbeiten, um die irreguläre Migration über das Mittelmeer in Richtung Europa einzudämmen. Der Libanon verpflichtet sich ebenfalls dazu, die menschenrechtlichen Standards für alle Flüchtlinge einzuhalten und die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft zu fördern. Die Unterzeichnung dieses Abkommens stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer umfassenden europäischen Migrationspolitik dar. Es bietet einen vielversprechenden Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen, die die Flüchtlingskrise für die EU und die Nachbarländer Syriens darstellt. Dieses Abkommen könnte auch als Modell für zukünftige Vereinbarungen mit anderen Ländern in der Region dienen. Auch wenn dieses Abkommen ein wichtiger erster Schritt ist, haben einige Bedenken hinsichtlich seiner Umsetzung und der Möglichkeit, dass es die Menschenrechte der Flüchtlinge in ausreichendem Maße schützt, geäußert. Es bleibt abzuwarten, wie effektiv dieses Abkommen in der Praxis sein wird und ob es die erwarteten positiven Auswirkungen tatsächlich erzielen kann. Quellen, Europäische Kommission, Amt für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, UNHCR, libanesische Regierung. Autor Anita Farke, Donnerstag, 2. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.